Jetzt, äh... Scheiße. Also wenn man jetzt, äh... Boah, ich hab grad aktuell gar keine Idee. Das wundert mich ja nicht. Aber wenn man nicht... Wat? Nix, ich hab nicht mit euch geredet. Ach so, wenn man keine Idee hat, ist das Schei... Ich sag, äh, kacke, kacke, scheiße. Fuck up! Ach, leck mich doch. Nein. Oh, schade. Komm, einmal nimmst du den Wund. Nein. Mit Sack. Nein. Mit Sack. Und dann sagst du... Ich lebe es! Ich könnte jetzt auch was sagen. Ich könnte jetzt auch was sagen. Der Dirt ist weggestackt. Oh mein Gott, das... Nein. Oh, es fisst schon wieder. Ich seh davon nichts. Seh... Die Fall! Was beeinflusst der Regen? Bäume direkt über den Sensor auch. Glaub ich. Also... Der Regen beeinflusst die Intensität... Ich hab keine Erde mehr. Ich hab keine Erde mehr. Hast du noch welche? Nein. Das ist natürlich jetzt doof, weil das ist doch scheiße. Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn das hier hinten eigentlich? Was? Wo ich jetzt grad hier drauf... Was ist der Thomas? In Gang zum Kino oder was? Was ist denn hier gebaut? Alter... Was? Uh... Ist mich fast drauf gegangen. Ja... Stimmt... Wie wäre das... Thomas! Alter Vater! Was machst du hier unten? Oh! Leck! Ja, Marcel... Das ist ganz schön... Ja... Ich hab schon einen Grund, warum hier unten keiner so unlaufen sollte. Das ist ein bisschen aus. Ja... Ich glaub Marcel ist gerade nicht da. Nö... Ach... Bist du hier unten fleißig am Farben oder was? Ach... Ein bisschen... Pfff... So... Dann... Buddel ich... Oder baue... Fahre ich mal wieder nach oben... Ich nochmal... Jetzt krieg ich wieder Hunger, so ne Scheiße... Ist doch... Ist doch gar ne Leitung? Ah... So doof ist das nicht... Ich hab noch... Hab noch zwei Steaks und ein paar Pommes, die kann ich mir noch machen... Boah... So... Jetzt krieg ich auch Hunger... Hehehe... So... Dann... Ja... Jetzt haben wir das hier so schön... Alles... Du gemacht... Und... Jetzt... Äh... Geh ich mich ja besuchen... Anna... Ich hab keinen Bock... Ich hab keine Ideen... Pfff... Oh... Wenn wir mich ja treuen... Ja... Wir treuen mich ja... Na... Na... Warte... Aber ich warte hier auf dich... Ach Scheiße... Das bringt ja nix... Ihr mäht mich... Ist mich ja nicht in der Hölle? Nö... Woher willst du wissen, ob ich nicht in der Hölle bin, du Bob? Ach... Weil du nicht in der Hölle bist... Das ist so eindeutig gesagt gerade... Hallo? Wo war das jetzt? Scheiße... Mal gucken mal, äh... Marcel... Das ehemalige Kronkh-Haus auch so verschandelt wie das von Deno... Willst grad gucken gehen, oder was? Nö... Ich glaub der hat noch nicht an... Ich geh jetzt mal gucken, ja... Aber ich glaub der hat noch nicht angefangen... Moment... Marcel hat Denos Haus komplett neu aufgebaut... Denos Haus gab's nicht mehr... Aber die Grundform... Ja gut, die konnte man auf dem Boden ja noch sehen... Glaub ich hab... Ne... Den Boden hab ich glaub ich wieder zugemacht... Ja, aber man konnte das noch sehen... Hallo? Ja, hallo... Holz raus und Erde rein... Wo konnte man das noch mal sehen? Wenn man das schnell genug gebaut hat... ...dass ich fand, wo man die Erde gibt... Richtig... War das nicht alles schon in Grün? Weiß ich gar nicht... Wo bist du jetzt, Anna? Ich wollt grad fragen, wo du bist... Ich bin jetzt vor Thomas... Ich bin hier... der office der aussieht wenn du schnell die treppe Paul gehst es ist wirklich weg einfach wir annektieren das haus es ist ein paar schnitter dabei oder so das ist für mich ja wieder da wer will ja ja willst du heute die ganzen aus was hier an meinem haus was an dem haus irgendwer hatte die ganze lungenzöpfe die willst du dein haus doch machen nicht groß warum das ist groß ach man wo geht es dahin eigentlich nicht schlagen doch töten hier könnte man voll geil bauen ne der berg da drüben hat das auch was noch da zu essen ja aber die ideen die ideen sowieso so kleine kleine jungtierberge oder so weil die wo die ganze balkon standen da ah das hört sich was denn da rum steht da unten ein kaputtes portal was war das heute da war mal eins das ist da einfach entstanden es ist nur angemetscht worden damit es kaputt geht aha die ganze welt hier oben sieht irgendwie komisch aus hast du die bearbeitet nein bist du dir sicher ganz sicher also was sieht hier komisch aus anna komm mal kurz guck dir das hier mal an das sieht doch aus als alles abgeschnitten oder das war aber so ja das gibt es aber öfters jetzt einfach da runter hauen ich hab nie auch das so und jetzt wissen wir auch dass er von und zu nicht im hier seid ein paar mal an mir vorbeigelaufen ich stand im netter raum drin ja da waren wir doch nein ihr wart aber nicht da drin ich stand da drin ach das ist lava ja sonst ist da hier in der mitte ist äh 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 close down richtig das genau wie das jetzt alles wibbelt das ist ein psychoraum das ist ein psychoraum das ist ein psychoraum tack also da gut ja welches hast du schaltung zu reparieren weißt du weißt du nicht wo es kaputt ist weißt du nicht wo es kaputt ist oh wie gemein du komm schnell rein du ah tempern geht cool was tempern anna ja gute nacht schlaf schön sollst du auch sagen wenn du das Bett zurück nö die ist ja noch gesund äh die ist ja ist ja egal mit laura naa nein jason ja laura ist ja nicht gesund oh Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt wäre ich da fast in die Lava gefallen. Bist du oben im Haus drin, wo die Lava offen ist? Ja. Macht dir nichts draus, es sind mir ging es mal fast so ähnlich. Oh mein Herz. Hä? Was? Hier. Wo kriegst du denn rum? Bitte. Kriegst du denn rum? Dann bin ich hier hoch, so, bin hier rum und wollte dann da, oh, und dann hab ich gesehen, ups. Ach du scheiße, warum das denn? Dieses scheiß Skelett da geht mir auf den Sack. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich ja auch das Cent gefährlich nutzt. Naja, ich muss da auch gerne ausbauen. Was willst du hier alles noch machen? Also, ich muss noch ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, Vorratsräume, eine Bibliothek. Ja, Vorratsräume hast du denn, du. Eine Küche. Was wird das hier? Wo bist du denn? Das hier wird mein Schlafzimmer, Micha. Nein, das ist Sklavenraum, wo dann die kleinen Fenster sind, damit man noch so ein bisschen waschen hat. Da kommt Gitter dran, da wird Anni drinnen eingesperrt. Nein! Au! Wo bin ich dich mit da? Ja, wir sind Sklavenraum, ich peitsche dich gerade aus. Oh, ich wär mich. Mein Gott, ey. Hier, rückwärts an die Wand. Nein! Warum rückwärts, vorwärts? Nein, rückwärts, schön rücken und den Arsch. Tatz, tatz, tatz. Sag mal. Tatz, tatz? Ja, tatz, tatz. Oh, fuck, sorry. Au! So, hier, hier. Ich traf dich nicht, ich hab eigentlich die Fucker noch gebraucht. Alter, jetzt beut ihr uns hier ein. Nein! 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 Ja, tolle Wurst. Oh, meine Glückwunsch, ich bin sehr froh. Ich guck sie dir an, die Bonzen mit ihren Diamantsachen. So, das Scheißlicht funktioniert wieder. Ich hoffe, es bleibt so. Mich bloß nicht mehr haut. Wenn mich nur einer haut, ich glaub, dann... ...ist du tot. Ja. Aber ich hau hier mit dem Airblock und er will mich direkt verzaubern. Diamantschwer. Das ist nicht verzaubert, das ist voll das Lubschwerd. Ach so, stimmt, ich hab keine Rüstung an. Ich hab keine Rüstung an. Oh, nein, Rüstung. Aber... Warum? Deck dich. Roll. Kommt. Roll. 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 Alter, halt auf, bitte! Oh, 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 oh. Hallo. Ah! 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 Bitt du! Das war ein verzaubertes Diamantschwert übrigens. Aber hatte nur Schärfe, 3 und Rückstoß, 2. So, ja. Was machen wir denn jetzt, Anandlein? Nur, das ist auch was. Achso, ich wollte auch eine Diamant-Axt bauen. Stimmt. Nacht. 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 Gute Nacht. Es ist Nacht, ja. Es ist Nacht. Das kann sein. Anand, ich tu dir schon nichts. Ach, je. Hier, kriegst du Melone. Kriegst du Melone? Äh, ich glaub, die brauchst du nicht. So, Diamant. Komm, weil sie 2 hat. Tschüss, tschüss. Oh, Mann, ey. Oh, noch Wutsamkeit. Geil, hör, meine, meine Scheiß-Holzaxt hat Achs-Behutsamkeit. Oh, Mann. Wow, du bist viel da unten. Jetzt mach ich dich platt. Ich mach jetzt einen Eindachfahrer-Kiri und sprich mal runter. Warte mal, das müsste doch auch funktionieren, wenn die Achs-Behutsamkeit hat. Ahnt, da, 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 da. Hör. Dö, de. Dö, de, de, de. Aber jetzt ist der Stein. Dö, de, de. Dö, de, de, de. Dö, de, de, de. Hallo, Pfeil! Ich hab immer die Steine gestellt. Warte. Hane, brauchst du immer noch, wie heißt es jetzt, Grasblöcke bei dir unten? Hier unten. Ja, also es würde schneller gehen. Sag ich mal eben zu dir hinkommen. Warum? Ich kann Grasblöcke abbauen. Wie das am Pissen ist, was, Alter? Bei mir regt es kein Hackel. Bei mir regnet es immer nur einmal ganz kurz, wenn es wieder aufhört. Alter, er jumpt erstmal da drunter. Fabian, jetzt gehe ich dir hier ein bisschen auf den Sack. Kann auch sein. Mein Weidheit. Ja, jetzt wird es gleich oft zu regnen. Da willst du das wissen. Pass auf.